mutig mutig ja müssen sie zufällig tanken dürfen wir in einen tanklaster anbieten außerhalb des akkus ja gut was gibt es denn für probleme herr officer was hat mir die dann jemand in die tasche gesteckt hier ja also wir haben sie ja da rumfliegen sehen ja wir haben auch gesehen dass ihr dort schwer bewaffnet war auf ihre naja was heißt schwer bewaffnet das waren kleine armbrüste ich hab da fahrt finden da raus gelassen jetzt lassen sie die fünf mal gerade sein bitte ja auf jeden fall war das für uns der anlass sie immer zum anhalten zu bitten nein ich muss mal kurz in die halle ich habe kein name ich hab nur ein orca wirklich moment ich zeige ihnen den wir haben doch wir haben noch gesehen wie sie hier gelandet sind und eingepackt haben da sehen sie ich habe nur ein orca ich habe kein hummingbird ist viel zu billig also bitte wir fliegen mit klasse im russendesign naja wir haben ein hummingbird gesehen haben gesehen der hier gelandet war das mehrere personen die ausgestiegen sind der kollege frappelein hummingbird aus vielleicht meint er den aber ich glaube der hier meint er wer den da weiß ich nicht das kann sein ähm das sah sehr komisch aus ja wir konnten nicht nur erklären auf jeden fall darf ich ihnen mal sagen aber wir haben die bank nicht gesehen darf ich ihnen mal sagen dass sie ganz schön mutig sind also ich würde jetzt bitten außen wieso naja weil sie ganz alleine hier bei uns sind und denken sie könnten unsere fahrzeuge kontrollieren ich lasche die gleich kurz weg ja soll doch kurz weg kommen alter ich lasche die weg also es gibt es ist kein hummingbird hier gelandet und ich würde sie jetzt bitten das haku zu verlassen da wir auch noch weitere tätigkeiten nachgehen wollen ja warten sie ich muss das mit meinen kollegen abklären der ähm dann könnt ihr gerne rausschaffen wenn die das möchten also wir können auch gerne dem heli zum landen verhelfen das ist überhaupt kein problem also sowas wie einwelsen so rechts oder links oder halt stopp ach so gewalt ist nicht gut also wer spricht denn hier von gewalt ne ich sag es mit runterholen und so ähm ja also mein kollege meint der hat ganz genau gesehen wie etwas gelandet ist schwierig ich würde mir gerne mal einfach runter also ich weiß ich hör mal nur wie es nicht geht haben sie das vielleicht mit dem quackboxer da vorne erledigt ach äh verwechselt haben sie vielleicht mit dem quackboxer verfolgt kann das vielleicht sein nein das war ja in der luft also äh ich will jetzt nicht ablenken aber quackboxer kann auch fliegen meiner hat auch vorhin geflogen der ist ca. 600m straight in die luft geflogen ja und nicht konstant in der luft ich glaub der wurde von den alien abgesogen wollen sie eine energy haben äh nein danke ist alles ok ähm denken sie jetzt wirklich wir haben das nicht gesehen na was ok wer ist der pilot jungs ich hab noch nicht meine lizenz moment ich kann noch nicht fliegen ich wollte grad sagen ich darf gar nicht fliegen ich darf grad mal einen go kart fahren ich darf auch nicht fliegen ich hab Tourette die lassen mich nicht fliegen weil ich den Fatze sagen muss ich kann ja sagen dass jemand von euch illegal geflogen hat da hätten wir ja keine lizenz würden wir gar keinen helikopter kriegen aber alle genau könnten sie ihren kollegen bitte sagen dass sie sich da hinten vom berg zum pferden haben wir sind nicht doof ähm wo denn meinen sie wir kriegen das nicht mit wie der adler die ganze zeit leute hier rund um uns absetzt das ist nicht wahr äh nein jetzt wirklich äh 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 ähm gut her dürfte ich mal ihren namen erfahren ja natürlich zeig ihr meinen dienstmarke ja wie machen wir das denn eigentlich ähm roll muss sagen mein name polizeihauptkommissar polizeihauptkommissar ich bin rebellhauptkommissar ich bin Kaschke Maik und bin nun mit Matthias der Bruder mein name ist immer immer festnehmen ok ok also ja ähm hier ist ein ausweis für mich ah gerade leider liegt erst in meinem hamming äh in meinem rocker naja du hast ja nicht mal einen Hubschrauber weißt du du hast nicht mal eine Lizenz sorry der Kollege da oben gehört jetzt auch uns gleich ok ähm ich würde sagen wünsche Ihnen einen schönen Tag ok einen Hubschrauber von wen habe ich den bekommen ich kann nicht glauben ja wissen Sie ähm ich will nicht so sein wir haben ihn Börderscheid gerade mal wieder durch ne wir jetzt hier oben die Verhältnisse geändert haben ja ähm da werde ich jetzt auch keine weiteren Probleme machen ähm ich wünsche Ihnen halt nochmal ein Problem reicht doch wollen Sie noch etwas etwas Zucker mitnehmen da werden wir Sie auf jeden Fall erwischen wir bleiben dran und ähm ja Herr Mustang Herr Mustang naja Sie glauben doch jetzt nicht wirklich dass Sie gehen oder haha der ist so gut Iwat also Sie wollen Sie mich nicht gehen lassen Iwat na ich möchte mit Ihnen noch etwas trinken haben Sie vielleicht Lust auf einen Red Bull oder so wenn du hier landest tötte ich dich das ist halt echt so Memme mmm also Anton du siehst du die Schutzverletzung auf seiner linken Seite und nicht die auf der rechten Seite aber meine Frau hat mein Kind gespeckert das ist so ein Waschweif das gibt es gar nicht Entschuldigung ja genau so jetzt heißen Sie erstmal ruhig die Kugeln müssen raus definitiv einmal so hier zack Und dann wird auch noch Ah ah Au 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 Uua Warte auch gerade mal der Karre drinnen in dem Porto Warte was ruft der Typ hier rum? Ich will nur einen haben der nochmal ein bisschen mehr guckt wie ich hier Was ruft der Tore hier rum? Keine Ahnung Das diskutiert den einfach Nicht Spaß aber Ich glaube Tore hat gerade ganz neue Häuser von dem Typen verraten Ja Oh Kani Der Tor Pauls hat uns Informationen gegeben, wie bezüglich dieser Häuser zum Beispiel und so, ne? Das ist ein Verräter, glaubt mir, der ist so lange ich hier auf der Insel bin, seit 70 Tagen war der in 5 Gangs. Glaubt mir, das ist ein Schwätzer, das ist ein Verräter. Ähm, wäre aber nicht, wenn wir heute Nick Oliver versucht anlegen zu lassen, weil mit dem muss ich auch mitmachen, ein bisschen wegen. Ja, wenn wir wissen, dass wir ihn auch haben willst, dann schenken wir dir den. Ach, das ist ein Lappen, das lohnt sich nicht, der drückt auf zweites Leben und dann ist er weg. Das juckt den nicht, glaub mir. Ich guck zuerst, was drin ist. Ja, ich hab die andere hinten drin, ne? Ne, er rennt mit dem Protektor rum. Hä? Hä? Ja, ich hab sie jetzt hier ja eher, aber... Okay, hier sind 200 Salz drin, ne? Hier sind 200 Salz drin, ne? Okay. Kannste gut kommen, Fahrzeugen? Kein weg! Kein Gewerker. Super! Voll Feuer wird vom Säte und dann... Nee, das kommt jetzt auch in der Ferse, ne? Und du kannst auch gleich mit dem Kopf hingehen los! Ja, echt? Endlöger kommt. Geh bitte? Nee, für's nicht mal, nee! so schön hätte den kopf du auch schön wieso ich ich hab ihn noch zu ich hab ihn zurückgebracht ich bin hier 200 salz sind hier drin 200 salz machen wir 100 100 oben oben in meinem haus ok alles klar ich glaube ja wir ziehen jetzt gleich ab ok wir auch dann alles klar ich danke dir mein freund so ich mach dich jetzt gleich freitore dann legst du deinen rucksack auf den boden und rennst in die gegend dahinten in die richtung dahinten einfach ja wir lassen dich frei legst den rucksack auf den boden und dann rennst du einfach da ganz hinten in die richtung wenn wir dich nicht mehr sehen ziehen wir hier auf ich mach dich jetzt frei kommen die pasumme gedanken naja nur den rucksack das reicht ok tore besser dich ja die andere hälfte fehlt noch richtig wir haben 1,5 million gemacht ausgemacht ganz einfache klare kiste aber was ist jetzt aber gut aber weil ich einfach zurück ja ja klar nein wenn er die wenn wir die karre sprengen meine ich ja ja wo steht der ach da hinten ja ist gut da müssen wir aus 750000 kommen jo alles klar angekommen alles klar geld ist da ja einmal aussteigen ruhe bitte jetzt einmal aussteigen ohne waffen einmal ohne waffen 6 personen einmal die arme über den kopf bitte du auch um im mittel abnehmen ja hat er vermischt geschossen ja ich ja ich sehe ich ich heile mich ich heile mich kommt man hier auf meine position ist ich habe keine regeln aber machen wir es mit dir machen wir es mit dir Tore erzähl mal ja weiß ich nicht ja was fehlt ihrem freund denn dein einer freund ist der insel verbannt worden dein anderer freund ist tot ja ja ist auch richtig so ja und der andere ist auch tot ja passiert im äh besteht im recht sag ich mal ne nehme ich erstmal mit ja wie viel fehlt euch also wie viel wurde denn insgesamt gestohlen vom preis her ja das machst du vielleicht mit dem anderen aus wir helfen dem kleinen nur achso das ist nur einer von zwei das glaubt mir wir sind nicht alleine ich hab's euch heute mit der noch am sag gesagt ich hab gegen den willen meiner gang mit euch im vernünftigen gesprochen ja aber das ist eine frechheit ne heute morgen wollte nick noch bündnis und so weiter ne und dann und dann bestattet ihr jetzt so eine Aktion das ist lächerlich ich hab keine Red Bull mehr ja ich wollte grad sagen jungs ich schenk euch den oh ja den will ich haben bitteschön ja keine ahnung habt spaß mit dem ja wer bist du kurz ey danke fürs kommen juli grüßi aber ich find die decke sehr sehr angenehm ja mhm 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 soll ich den fettboxer spendieren soll ich den fettboxer spendieren ja 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 da kannst du gebrauchen das musst du nehmen das APS ist hier was hast du den Tempest abgedeckt da oben gesehen gerade der hat es schnell gedreht das ist glaube ich keiner von hier ne ist auch keiner von uns ne ist auch keiner von uns also habt ihr den Tempest abgedeckt oben auf abgezogen nein nein ich stehe direkt auf dem Zuckerfeld der kann nicht der Hund was hat spenden die haben grad nen LKW gesehen verkaufen wollt ihr der hat die gesehen die sind jetzt zum Entschuldigung daher ja normal ja sicher also ich gleich bei euch ich sauber euch auch der war hier oben rechts ja in zwei Minuten droppt der Preis Jungs ich schaff's nicht mehr kauft jetzt endlich oder ne wir warten ob es auf 4 geht ne hey ich bin gleich event 38 man nice geil ich bin irgendwann mal level 27 du willst verkaufen oder wo sind die Typen ich hab 600 Meter reichen Shop Elfrid es ist nice was krieg ich nicht wenn ich euch one shot aus der Karre raus wolle hat irgendwer was es ach so kann ich ne hab kein Geld ne hab kein Geld er wird unabgedeckt kommt der erste her halt trinken hat für trinken für mich ja in einer Minute droppt der Preis ne ja droppt oder geht nach oben je nachdem das war Essen hey level 38 vielleicht auch nur selbst die Zeit ey ich kann mein Z-Inventor nicht schließen das hatte ich vorhin auch da kommt der nächste woran Wollen wir noch warten die eine Minute nein ich verkaufe egal was immer der Preis droppt safe call ne nicht unbedingt wie seid ihr bei Zucker verkaufen gerade etwas größer der Preis steig ich würd sagen sogar der Preis steigt nochmal habt ihr Stress weil ich kam da grad mit dem abgedeckten nein 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 17N ist äh friendly mit uns wir sind gerade friendly mit ihm hier keine Sorge ok gut also ich kann kommen alles gut sehr geil ich war bei mal so schnell ich werd rein und so ein Nitro wir wollten dich schon wir haben dich wir haben dich gesucht gerade Masopilami wo ist Masopilami ich hab so ein Nitro gerade gemacht ne hast du gerade hier bitte einen braunen Stift unterhause oder hm hat's den braunen Stift komm mal her hier Sandale bleib mal stehen oh Ripp bleib mal stehen bleib stehen bleib stehen da wär sie fast weg gewesen die schöne Woche ne 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 die euch doch geht ich trage die Farben u g u g u u u u Ich gucke voller Wut, ja mein Bruder geht es gut Denn ich gab ihm meine Unterschrift mit Blut Seit die Lücken auf Entzug Ich schicke Läufer in die Stadt, kein Ding Alle Truppen gucken zu, sag was wollt ihr Pissatru Wir laufen frei in jeder Stadt Was machen eure Kinder nun? Wir machen Party Fahren vor im Maserati Loyalität, bis mein Körper im Grab liegt Verraten ist mich stark und zwar härter als du denkst Komm mir nicht mit Politik, denn mein Herz wird nicht gelenkt Komm, setz dich in mein Benz Schau mir in die Augen und sag mir